Meine erste eigene Serie, Einsame Herzen, ist jetzt in diesem Moment online gegangen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es gibt sechs Folgen. Das Besondere an diesen sechs Folgen, es gibt über 70 Figuren, die ich alle komplett selber spiele. Ihr seht jetzt einen kleinen Trailer. Am Ende findet ihr nochmal einen kleinen Link. Und das Besondere, was auch noch ganz besonders ist, ihr dürft für eure Lieblingsfigur anrufen. Schaut euch den Trailer an, klickt dann auch unbedingt in die Videobeschreibung. Guckt rein, ich würde mich sehr, sehr freuen. Alles Gute und viel Spaß. Moin. Oh, die Schweine! Oh. Hina Püppelmann, mein Name. Hi, ihr Lieben, ich bin's Ulrike. In der Haraj. Ja, ich bin Single. Und ich bin Ende oder Anfang 40. Hi. Maltes ist 32. Und mit eurem Hefe... Wo ich noch ne geile Eiden? Ja. Ich bin übrigens meites Vater. Ich bin Radrennprofi im Ruhestand. Sie kennen mich sicherlich. Meine Leidenschaft... Menschenermorgen. ...ist mega, oder? Ach du Scheiße. Oh nein. Hallo. Schön, dass ich hier sein muss. Kommen wir nun zum spannenden Teil. Ich bin gerade läufig. Ja, willst du jetzt mitkommen oder willst du hier noch ein bisschen worten? Höre ich ein Bingo? Das ist richtig spannend, ne? Das haben leider nicht alle so gesehen. So, du ist gut. Ah, zack. Das ist ja ekelhaft. Das ist jetzt auch nicht. Wir fliegen hoch. Ah, ah, ah. Mike! Geil! Mein Beiler. Ja, ich bin wunderbar. Untertitelung des ZDF, 2020